Der Wort in der Schuld betont wird, was wir nicht können betont, sagen wir uns nicht. 2003 hat Bani hier die Botschaft von diesem Tag Friedach. Das wäre mir interessant, wie wir den Stehen reichen. Ich habe dort die Botschaft und ich rede auch von diesem Tag Friedach. Wo es zu diesem Tag wäre. Wir haben uns nicht geliebt, und ich hätte gedacht, ich bin für alle, wenn es nicht berät, dass wir das, würde es dort tun. Aber die Botschaft geliebt, dass ich hier nur sage. Aber wir in diesem Tag Friedach haben wir so ein Tag aus dem Morgen, wie wir die Botschaft sagen, dort fährt keinem wie Sau, oder nicht, wenn ihr wollt, wie wir das hier fahren würden, aber das war ein Tag. Und so wurde das Tag in unser Leben, wenn wir erkennen, verstehen, was passiert ist für uns. Man hat gesagt, dieses Tag Friedach wird, wie es passiert. Der Teumann von diesem Tag ist, ich weiß nicht, ist das ein Teumann erst, das ich dort abgeschrieben habe, aber das sage ich, dort geht es, dort geht es, dort geht es, dort geht es, und die geht es weiter. Er libro, das ist nach dem Tag. Hier ist es abgestargent. Das, was ich hier gesehen habe, von dem anderen Mal, in verschiedenen Wegen, in den Straftwerks nach der Böse, in den Kübern, wie es geht. Ich weiß nicht, was ich hier hatte, oder? Ich habe hier drei Mal gerade, ich habe eine gute Georgia. Drei Mal Null? Nein, da geht es weiter. Drei Mal gerade, ich habe eine gute Frage. Das ist ein bisschen. Dreimal lade ich, ihr habt eine volle Verhaltung. Heimann packt die Krei, was Schmack eingeparkt wird, verändert Papierrahmen, das Park gefahrsächtigt wird, das Stil des Schieds geparkt hat, dann wird das lade ich. Wer hat es mal so ein Package gekriegt? Weitere nicht mehr, vielleicht ja, vielleicht nicht. Aber wir können uns fest, alle können bitte eine Tasche und sein, besonders für kleine Kinder nicht. Aber wir werden am Wochen, und wir werden auch lange die Stadt beten, ob einmal, wo wir an, morgen wird das, wir wissen, dass es geht, wie heute soll Gas anfällen, aber morgen wird das, der Gas denkt, es muss lade ich. Und wie weit denn nichts, wann wird das nächste Städte zum Abfällen? Aber ich denke, dass es lade ich sein, nicht? Lade ich sein, als allgemein nicht ein Gautetäten. Verhaltungen und Versprechungen sind so ja verhalten lade ich. Besonders hier auf unserer Welt, wo wir leben, in der Zeit, wo wir leben, wir beleben das alle, Verhalten. Die Welt ist voll von lade Versprechungen und Verhaltungen, besonders wenn wir sein an Advertisementen, an das, was alle haben, angeboten, an TV, an Science, an whatever wir haben, an der Klinik von uns, da kommen viele Advertisements an, und die schrieben, die fehlt noch dort, die fehlt noch dort. Und wenn du das, was kippet, dann wirst du die Freiheit haben, dann wirst du die Recht haben, dann wirst du die Anerkennung kriegen. Kippet das ans Produkt und was Antworten, wir garantieren, das wird helfen. In beiden Fällen, lade die Versprechungen, nicht? Wir können, dass man so ein bisschen von Antworten, dass das wird geholfen haben. Manchmal, wenn es da zufällig passiert, dann ab einmal erstens vertriebe ich. Dann ab einmal, wenn es messen, dann wird, wenn ich in der Hand kriege, wie ich glaube, auch mal nicht, dass das wird geholfen. Wie Gott ist das anders. Gott hat nach niemals ein Versprechung gemerkt, was so gut wäre, dass das so sein kann. Noch keinmal. Auf diese Ere hier, wie fällig ein Versprechungen, wie sei es, too gut to be true. Gott merkt nicht seine Versprechungen. Du wirst es, Tyler, es morgens, er war zwei, die sind, die erste Ausdruck, dann hilft Gott, was lade, aber was eine fahle Verhaltung wäre. Und Joel Lawson sagt, Johannes 20, von 1,38, ich werde das nicht noch einmal lesen, aber da hielt, wie das auch so ja klar. Und wir werden von der auch noch, wort Verhaltungen von Ausdruck geben. Das sind besonders drei. In jeder Verhaltung von dieser haben wir etwas zu tun. Aber nicht mit etwas schlechtes Lade. Das sind Lade Kriegs, das sind Lade Kraft, und das sind Lade Kraft leider. Das wird aller Lade erst, das versichert uns bloß, dass Gott seine Verhaltungen wahr hat. Woran? Wenn Gott uns Verhaltungen gejiebt, wird er sterben darin, das haben wir uns ganz verleten. Herr Jäfen, Sie haben einst gesehen, wenn wir in der Krieg nicht haulen können, der Graf nicht verschlütteln können, wenn der Graf leider nicht mehr neidisch wäre, weiß wie, dass Gott seine Verhaltungen ganz faul wäre und für uns lebe sind. So wie wollen wir mit dem Lade Krieg anfangen? Der Krieg ist larig und der Verhaltung davon ist, das Schild ist betont, die Sender sind verjäft, wir sind gerad, wir dürfen nicht worry, wo wir das Schild betont, was wir begärt haben. Wenn wir treten, hätten wir den ersten Ausstatt morgens, ganz tödig, vielleicht nachttödiger, als wir von hier werden, als es noch maßtüster wird, und das gibt dem Aus den Morgen raut, die Sahn wie nach going abgegone, aber da wird all was früh ist, sie werden am weichen im Graf, sie hat vielleicht eine halbe Stunde gegangen, ab einmal hält sie schnell, und verteilt ganz schnell, einer zum anderen, sie hat wenig verteilt, sie wird nicht so abgebracht das morgens, er arbeit wo sie noch gehen, dort wird eine und sie gedacht halt wie er er leiser, sie hat nicht leucht, sie wird im Twiwel, dem was sie dachte, dort wird von den Räumen losmerken, die wir im Schrecklichen dort durch Räumen dort angebracht waren, nicht bloß dort angebracht und dort gequält wurden, bloß ein paar Däut träg, und als sie den Karpat zum Graf brachten, Joseph und Nicodemus brachten den Graf und die Frühe stehen hier an und sie wissen wo die liegen deit. Sie werden krank da beim Graf gewaast. Sie hörde ihr seine wo sie den stein der färde opening von dem Graf Hanraale deiten. Aber nu stoßen sie hier auf dem Högel, keckten nur den Marien raut und seien ganz stäil. Und leise können hier wo ihr hart klappt in da wird diese trüe gesächter trun in der Ehe und sie keckten in die färde in dem Graf. Wann man wird in der Schau stahlen und wird noch gegangen und wird auf dem Eiver stehen und aus zu kicken und fangt an raut zu wollen und bitt der Staat wird er reichte sie und stät eine gransame Erinnerung von was vor der Träge passiert wir da glücklich sein dort die die krize dort und dort hängt das Morgenraut und fängt nach zu wollen sind die Bilder sei befehlen sie kämpfen zu verstalten dort im Hegel ab Golgatha drei krize so half nach dem Schote fein dach wie sabbat die krize wird gleich abgeriebt sie hat sich nicht tief genommen da nicht stöhnt die schreit ihr Erinnerung dort was fredag passiert wäre besonders das Mädels die krize das wo die krize wollen wenn wir von dich bekecken würden wie das krize dann würden wir seien du eine mäd du mest boven da wie blut von jesus in kopp wo er gerannt hat ab dem egen von die balki was der wehr da wie blut plage von sin heng wo die nägel däuche gong wiren in der haupt stamm in mäd wie lang hand blut rich von ogen jesus verschläuern in kärpa wenn die räume an so verschläuern hadden und sie haben mäd sie mit schwert dem sacher merken dass er dort wird und wir dort läuft nicht wenn jemand sagt jesus ist blusse da ist wenn wir wir keine frau jesus wird dort sind kärpa wird dort am krizz die solote west dort der reimer west dort der jüde west dort und jeder eine hat geschehen hat die west dort habe ich starve aber lot jesus 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 hängt nicht mehr an viele menschen drehen krizz wo jesus die figur von jesus den körper anhängt was kenne ja got das brot wie nicht den krizz habe ich kann das hängt nicht mehr das lade krizz das was die hoffn geben hat so die verheit ung von lade krizz meint die schuld ist betult jesus betult die schuld ab ein seuer seuer dir wach an se meinen diene sende nicht jesus jesus hat keine send die bibel sagt das an se sind wort ab jesus ab gelacht dat he du betulen musst ja so wo sei wie sind ich weiß das sind ist nicht sehr popular von dem schon dag das sind ist ein bisschen ein fluch die kostet nicht teile ich brücke wenn man sagt you're judging me das was mir blitz rechte römer 5 8 ober gott weiss in seine leif darin dat christus for uns starf os wie nach sind wir weiren jesus starf ons he lüht nicht bet wie uns rein genug gewaschen hat he lüht nicht bet wie noch gehulsam ab te wiese har he lüht nicht bet wie mask out weiren ever he starf os wie nach in unser debs sind weiren dat kriet es wo jesus sinn leuset perfekte lewe ab deit en das lade dat vore die bibel leert anzut dat is kein andre nome je jeft nicht im himmel nicht ab er nicht unger er in dem wat wie kan gerat woren en frida keit wie dat os jesus sin latz dem odem uit pist deit dan se dat it is finished dat es vollbracht de strof es betult du hast nis ton gebleven he sag nicht da feilt noch ein klein bet no seien blot regt tau for die erloesung en wanne wir dat annehmen wat da passiert is dan schrift god onze rekening ab jesus sin rekening nap because des betult du hast credit onze rekening wist des vor dich das as chine schuld wenn we got de an hand you done dan to pag on ab to schreven are you transfert no an rekening we san frie also die erste verheitung ist dat lade krize dat hafte bedienung dat we san gerad we san verjevd wanne we treken du die frühe kekken down dan den lade graf au se stel si die gestone ha in die krize kek in schmack margen raut ich krize in besonder st medelste was ich ohne wieder auf einmal fällt an piv wer war den stein da war ich rau und schreiber gläufe stahl sich ferde stein kuhn bi twe ton schwor se n gewa st und wih wih ferde graf der in se wolle des n harpo ansalben und da wie nicht alles die reume harje dem kaiser dem governor sind siegel dann abgedonen sind ziel da sollt keiner den stein möwen wenn die möwen da würde ziel zwei rieten da würde ein großer trübel sein keiner hat freiheit und den stein unter fuhrt nicht mo so bliefe dann danach bin gön und ab einmal mag all dat da war sie an die die fang sich an beweh ich weit nicht was sie wollen gedacht da ist der einzig das bliefe feil das ist wirklich so wie er soll sie ran soll sie hand schmied was soll sie tun wird hier noch ab und sie gehen wieder nach dem Graf kommen dann sein ist was wird sein abbrecht die soldate lege da ab ihr bewusstlos die stein ist wecher alt von dem Graf der das aller dacht das nicht die tritt das ein Engel morgens soll der dacht so ist die blitzen seine Kleider so wird es schnei und dann rät die Engel noch der end lockers 24 verschwieven saß sagt er hier redet von zwei Engel der ist nicht hier der ist abgestogen Jesus ist abgestogen der lebt der Graf ist ladig da wie eine gewalt Verhaltung was erfällt wird das lebt die Graf für eine Ursache hat diese Frühe auch nicht abgeführt wenn Jesus hier abstohlen wird und die jene auch nicht für eine Ursache hat ihn nicht gegrannt was Jesus dort verteilen hat sie hier hat sie haben wo die död merken ob das ewig da hinger ranz ist wenn das irgendwo nicht satt geblieben aber wenn wir das hier die Oster das gebt uns immer eine Freude nicht dass es wirklich so ist dass Jesus abstohnt und das Ostern sind auch nicht in Diestra das wird Dache von morgens an ist der Engel geübt da wird das kleiner Jungen in der Schule sich wie Philipp er 8 jahre alt aber er wie anders als der Jungen ist er klein er kränklich kann gleich an Schule und der Schule kamer da hat sie gleich mit Darm über Arm was ich dachte die lera schien project und sie kenne alle in plastik nicht was sie kann auch merken dann sagt sie ich kann rück gehen und etwas was nie lebe hat und das andere und das ging die so schein als ich kenne trigg kommen dann merkt die lera schien ein oder andere schmache blauen bern und das in diesem jahr kommen da zusammen nie blauen rück hier und ich und der andere hat ein paar schmache Gras hau gefangen rein und sich hat er freit einer hat ein kleiner flatter an er getan und das tut alle noch nie leben und dann ab einmal merkt sie nach ein er öfter lats und das lade ich und der kleine philip steht hat die lehrer schon trägt ihn wieder am hand und sagt das ist meint und die kenne kenne das ist dumm jemand hat nicht können verstehen was das meint das nie leben und sagt philip ich weiß was ich will ich will das kenne so das meint das graf ist ladig oh da wird man steht sie ganz stelle aber von diesem Moment an dann leichter und kenne den philip das philip hat eine lassen gelehrt was ein wertvoll wäre aber das Sommer stelle stelle weil er kriegt eine schlamm in sendung und wenn sein körper schwach ist könnte er nicht er stehen und ein paar weg stelle er ab sein begrafen ist da kommen alle diese ne johrchen kenne hahn acht johrchen und die bringe was matt aber nicht er dort bedeutet verhand nicht leben nie hoff nicht das philip hat seine fremde halb zu verstehen was von der wundervolle baut schaft in austere wäre sie können das nicht erkennen was laden meint nicht was nutz wird los das meint der graf hier laden das wie eine vollständige provenzierung was der Ewigone war hat diese sind eine Auferstehung wie war auch abstohlen zum ewigen leben wann wir an jesus glauben so wie brücke den dort nicht fürchten wann wir jesus haben woran wenn der graf ist laden wenn jesus lebt der engel sagt ist abgestohlen und was meint das meint wie war abstohlen wann wir sterben war für jesus war er kem dort ist die zweite verhaltung von laden der laden graf und das geht hier noch nicht ab das ist eine verhaltung und das von laden graf kleidet nur dem die engel mit die frühe gerät hat ran diese frühe ist se hat und die apostel das sei was passiert ist was sie hat und die apostel das hier besagen das peitris und johannes der ran fuhr zu dem graf die sie und wie hier die schau das andere jener die kün bose ran wie johannes aber die lefte bei dem graf stehen und die chik dann bitte nähen was er da will ober peitris die breit nicht mal die fortfall im speed blaus graf nähen und er verleiht sich nicht was kann sein was geht das peitris der hauptstück über der kont lam und wo der na dort he wird up gön as jesus steht he na sin ma hank dem priester sin knar det uhr auf ohne lang te leiden he ran till leck graf nähen ohne te leiden he wie am reit im scheit fär da wester es fehlen wird dat dira mung nicht lang na wird wie he der bahn en he fang ut dat graf ladig bo wäki peitris sachte na meias bist dat graf ladig wie he sag do lege die graf kleider en do lecht nach dort wo am kopp gewickelt wird und dort lecht an besonder steht wat meint dat peitris dat die graf kleider ladig wird dat meint einfach jesus lebt peitris wie noch nicht fuld ganz so überzeugt dat jesus lebt ob lothar nach ad jdeo muß die noch gau chan füma wo die sache wie mit o ta dat dat support en time aber wanne jemant des karp gestohlen hat der wird verschwör nicht die kleider uitgetragen hat und die navel nicht taub gelacht hat und besit schmack gelacht hat so jesus wie war hoff dich abgestohlen und hier wurde gemäß fuld wo maria magda leina sich wiesen und die andere postel und meldet noch 500 man schab einmal nicht komende deal sie würde mit am top sat und verteilen sie würde mit am top gonen verteilen sie würde mit am reden und töten und er würde noch meia dinge erklären lehren und sie würde diese gemeinschaft noch abnehmen also diese verheitung von die lage graf kleider und besonders dort mit der Hauptbedeigung die so schein besonders wenn das die top gelacht wird so so fern dort hat eine bedienung ein glas dort das ist ein tegen dass Jesus wird wahrer kommen er wird nach wahrer träg kommen Jesus lebt von der er will Gemeinschaft haben mit uns Jesus ist kein abgemerkter hero aus dem space das will kommen Menschen zu beeinflussen das ist ein Leben ja rater nicht bloß ein Leben rater er will eine persönliche beziehung mit jeder einem wem er gerad hat das hätte 2000 jahr trägt mit seinen jen an das war ich von der auch nach tun das kreuz kann ihm nicht verschlüttet und die kreuz kleider wird nicht neidig wenn Jesus lebt er kreuz hüten knerkes und gesächt die jen sauer an und wie deine kreuz dessen er läuse heißt von der nach die selse kreuz das he dann an dem dach von der auferstehung wir das sie von der nach und das wichtigste davon ist diese beziehung mit den jen hat der will mit mir in die ök die Frau ist kannst du Jesus allgemeine ist die von Jesus gehört hast oder Bilder ihr seid von ihm oder ihr schächte gelöst hat von ihm die Frau ist tja aus den personen ihr freund weite wie kann jemand nach tja und weite werde essen wo er heute ein Haft lecker mal den begreist oder habe wie von Menschen hier hirten Bilder sein und so wieder wie weite den wird sind aber wie kann nicht ganz krank wird mit de es wir haben euch wirklich eine Gemeinschaft gehört mit de in viele Menschen weite gaut wer jesus ist von jesus gelöst aber unpersonlich wie kann jesus persönlich können seine leib seine versorge seine heilung seine verjebung wie kann er diese leben die hoffn nicht kann das Fried diese Barmherzigkeit diese Genode er sagt in Offenbarung 3 verscht 20 kek ich stoff die der und klappt an wenn wer meine stemme hört und die aufmerkt was wird mit dem passieren bei dem wo ich nahan und mit am to eten in heimat me don meint wenn wir am das set und eten dann kann wir spazieren dann kann wir vertahlen dann auf einmal kommen der wird groß gar ich rück kommen nicht so dass bei 2000 jahr trägt das kritis nicht war ein begroh war und abstand die erste sunrise easter service aus der früh im graf ginge hat noch keine idee was passiert wenn sie schon beim graf sein aber sie bei dem erkannte diese wundervolle verhalten aber nicht da wäre von wie auf sah sie der lade kritis dort wie eine verhaltung von der send die vier vier auf dem eng von ihrem walk von der gang wird sie haben wie ein lade graf und dort wie eine verhaltung für das eigene lebe wenn sie zum graf nähen kicken dann sind die lade graf klar in die verhaltung dass Jesus noch wahren kommen und eine persönliche beziehung mit mit mir und die was uns leben er das kann wir uns auch annehmen du kost die frihet von vergebene sind er vor von der die dag du kost diese helst gewissheit von der die lebe im himmel von der du kost Jesus aus dine persönlichen her in her land tja ne hat got uns nicht eine verhaltung geeft auf Austria mit drei lade dinge die die lade graf ich meine die lade kreiz die lade graf und die lade graf kleide drei verhaltung sind erfelt worden die verhaltung von die verhebung von die zinde die verhaltung von die lewe und die verhaltung von diese persönliche beziehung mit Jesus die vrege aus nehm wie gott bim word nehm wie die bibel bi gott sin word nehm rott ist da es dann habe eine sehr gaud verhaltung rei martin vers drittchen sagt wils wer am den harn sin nom anraubt wort selig worden he städt bide der he loot von der ist der dag he kloppt an und he will freit bringen ganz hier einem von gott sin recker segen besonders ab dieser austere und von ganzen harten diese beziehung mit jesus dass die die freit können haben vor dem himmel ich das wie das hier tun in die künft hir als vrei verdien waara kommen ich freu an die leid auch wieder in jesus die nome amen